Und welche hätten, könnte es trotz der Größe gefährlich werden. Und ein Taps, der ist also wirklich noch ein absolut merkwürdiger, der junge Hund. Hey, wo ist dein Kopf? Das ist eine Seele vom gutmütigen Hund. Oh, 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 oh. Aber bei so einem großen Schatten-Ding, wenn der sich nicht einsetzen kann, kann ich, äh... Ne? Komm mal her. Ach, gut. So. Guck mal schön in die Kamera. Aua! Nicht so doll. So. Ne? Das würde mein Finger gerne noch behalten. Knie befrettet, ne? Ups. Der liegt ja kino der Lampe. Der liegt ja kino der Lampe. Schuhe. Ja. Der hat ja einen eigenen Wohnzimmer. Schön, mit Ofen.